Okay, jetzt kommt, Jungs! Das ist Teil 2 von der Shisha-Party. Die kleine Shisha-Party. Wieder mal Kevin am Start. Zack am Start. Andere... Kevin, die Kev am Start. Alois, um eine Wenigkeit. Plus unser Eiffelturm. Die massive Skyline. Aber das geht so nicht groß. Ein halben Meter. Einen ganzen Meter. Das ist jetzt so wichtig ist. Ich will mir echt eine Schasi übers Gesicht ziehen. Beim dritten Video siehst du das. Okay, wir machen kein Dreierer. Das ist doch nicht so viel Dreierer. Warum guckst du auch mehr? Tut mir leid. Nein, ich weiß. Zeig mal, wie der massive Rauch aussieht hier. Ja, jetzt kommt der Möchtiger. Jetzt kommt der Möchtiger.